Was ist Krempel? Krempel? Das ist etwas, was man gar nicht braucht. Und was ist Kunst? Kunst braucht man eigentlich auch nicht. Aber Kunst ist wertvoller. Da schaffen die Künstler etwas. Manche werden sogar berühmt. Also ist Krempel Quatsch. Ja, so kann man das glaube ich auch nicht sagen. Denn manchmal kann Krempel auch schön sein. Ich versteh das nicht. Du sagst, Krempel ist etwas, was man nicht braucht. Kunst ist zwar wertvoller, braucht man aber auch nicht. Also für mich ist beides unwichtig und wertlos. Hm, unwichtig vielleicht. Aber trotzdem kann es liebenswert und schön sein. Feuer und Flamme! Ja! 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 Kunst ist für jeden etwas anderes. Vielleicht ist es sogar eine Kunst Krempel zu erkennen.